Emotion pur, die größte Seat-Ausstellung im Rhein-Sieg-Kreis. Seat Fischer Burtscheid, direkt an der A3 in Loma. Am Samstag, den 20.07.2019 lud die Waldkita Niederpleißer Frischlinge an ihren Standort in den Schützenweg 22 in St. Augustin zu einem Waldfest ein. Von 14 bis 17 Uhr gab es für Groß und Klein neben herzhaften und süßen Leckereien eine Tombola mit vielen Preisen sowie ein Verkaufsstand, verschiedene Spielstationen und Kinderschminken. Außerdem konnten Interessierte die Waldkita näher kennenlernen und einen der Waldstandorte inklusive Kletterparcours besuchen. Die Niederpleißer Frischlinge sind auf zwei grundlegenden Werten gegründet worden, der Waldpädagogik und dem beziehungsorientierten Erziehungsstil. Der Fokus liegt damit nicht ausschließlich auf dem Wald als hervorragendem Entfaltungsraum, sondern ebenso auf der Überzeugung der Gleichwertigkeit der Kinder. Die Niederpleißer Frischlinge sind auf zwei grundlegenden Werten gegründet worden, der Waldpädagogik und der Waldpädagogik und der Waldpädagogik und der Waldpädagogik und der Waldpädagogik. der Waldpädagogik und der Waldpädagogik und der Waldpädagogik. Vielen Dank.